wird noch 100 prozent was auch immer wolf plant ja ich musste mich spät wir hatten den oberen platz jetzt kommt die wir hatten noch gar in europa was auch immer wolf plante ich musste mich später darum kümmern ich hatte neue infos über müller er war versetzt worden um den flackturm am tiergarten zu kommandieren ich improvisiere nicht gerne aber das hq glaubte eine stelle für den schuss gefunden zu haben und sie wollten von einem flugzeug pläne und vorräte abwerfen lassen leider hatten die flieger die abwurf zone verpasst sie hatten den ungünstigsten aller orte getroffen das dach eines kirchturms es stellte sich mir nur die frage wer auf mich warten würde die deutschen oder die russen muss ja ehrlich sagen respekt bei den piloten dass es geschafft haben so teil auf einem kriecht vom abzuwerfen in amma vor bei uns wäre wahrscheinlich irgendjemand gegen den geflogen geflogen abwerfen und mit steuerung lässt kann man sehen ohne visier das ist gut zu wissen und willst du mich ganz schön drucken guck mal martin wir haben die kaputten tiger hier sogar noch richtig eingeparkt wo wurde ich jetzt denn gespottet ich hab ihn gespottet ich wurde gerade auch gespottet wir müssen warten bis die glocken durch da war noch einer unten auf der straße da ist noch einer oder die sind schon alarmiert also da ist ein tiger martin der tiger auf der straße ist aktiv äh danke ich würde sagen wir umgehen den ich sehe nur wie sich der turm hier nach bewegt aber ich werde voll erschrocken und wir machen ihn kaputt ja ne von hier aus kann man die dinger nicht treffen ich habe es gerade versucht ok dann gucken vielleicht kommen wir von der seite oder so rein ja hier ist noch ein krieger ja dann kommst du das alle oh 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 einfach durchs Fenster durch den anderen muss ich noch gucken wie wir den treffen boah das ist gut nur such dich finde ihn du bist hier eben finde er ist hier eben ich werde dich finden weiter such dich huuuh oh Sniper oben fähig 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 nicht fähig 아니 Da rechts ist irgendwie noch ein Gegner in dem Haus. Da ist wohl. Ach da ist er! Komm wieder! Kommt man hier durch, durch das Haus. Wir müssen hier da durch. Moment, wenn die Mutti alle sind. Hier ist ein Loch im Boden. Was? Da ist ein Loch im Boden. Oh, das ist in der Architektur, Martin. Weiß ich. Oder? Ja, Martin. Überseh das. Hier ist ein Goldbaden. Der erste kaputte Tiger wird mir immer noch als Fan markiert. Was ist das? Wo willst du hin? Mach mal keine Runden lang gehen. Keine Runden lang gehen, mir egal. Oh mein, Tom ist da keine Munition. Jesus. Ja, meine auch nicht. Du bist da. Oh mein, Tom ist das. Komm mal. Martin! Oh mein, Tom ist das. Hör doch auf zu Orten zu gehen, zu dem wir nicht müssen. Ja, aber vielleicht falle ein Goldbaden. Ist mir doch egal. Vielleicht war da auch der Papst. Keine Ahnung! Keine Gefahr. Oder wirft wenigstens vorher ne Granate rein oder so. So, ich geh da jetzt runter, wirft da ne Granate rein. Nicht laufen! Warum musst du laufen, Martin? Warum? Ich sorge halt für ein bisschen Action. Ja, danke. Habt ihr auch lieb. Geht sogar, glaub ich, noch jemand. Oh, was ist denn das hier? Es leuchtet so schön. Jetzt auf zum Ziel. Okay. Wissen Scharfschützen Kirchen nicht eigentlich mögen? Das ist ein Sniper im Witten. Ich muss wieder anfangen da oben. Also fangen wir wirklich wieder an, hier alles zusammenzuschießen. Ich glaube, hier kommen später auch Gegner. Ich lege gleich an den Aufgängen. Lege ich Minen. Hier ist ein Aufgang. Mine. Tür. Mine. Äh. Aufgang. Mine. Die Bakunstern. Wo müssen wir hin? Wir müssen die Käste finden. Ah, oben. Na, sehe ich schon. Ich hab's ja unten erwartet, weil wenn alles Sachen einfach durch die Decke knallt, dann wirst du wahrscheinlich unten liegen. Ja. hier ist die glocke hat die nicht geläutet aber langsame kugeln langsame kugeln ich benutze es jetzt einfach mal besser wow Okay, den habe ich. Was hat er denn da noch? Okay, runter. Kommen wir jetzt von der anderen Seite. Sind die Echtleute oben schon? Nö. Doch! Sind die an meinen Minen vorbeigekommen? Hier ist noch Platz bei mir. Wenn ich mich entsinne, bekommen wir hier auch irgendwann einen Besuch. Irgendwas packt hier gerade rum, weil die Gegner engagen nicht. Ja. 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 Irgendwas packt hier rum, würde ich nur mal sagen. Der komische Flak-Panzer oder was, das kommt nämlich nicht. Komm mal mit hier ans große Fenster ran. Was? An das große Fenster. Oh, hab ihn gefunden. Wie war ich denn den jetzt kaputt? Ja, der steht doch noch hinter der Ecke und das ist das Problem, man trifft seine Tanks nicht. Ja. Da sind die Tanks. Okay. Martin. Ja, geh mal da unten an das Fenster. Da, wo du jetzt rechts. Nicht da rein! Lehn dich an die Wand daneben. Okay. Okay. Deine Tanks sind an der Front. Hab ihn. Ah, schön. Okay. Hoffen wir mal, dass der nächste kommt. Ja. Ne, warte mal. Oh Gott. Panzer. Fuck. Halt die Fresse. Boah, ist das schwer zu kippen. Ja. Okay, nächstes Fenster, oder? Ne, runter, okay. Boah. Oh Gott. Okay. Ja. Oh Gott. Boah. Drei Kills mit einer Granate, Martin. Freu dich. Wow. Ich bin beeindruckt. So viel Freude beim Haufen. Ey, da oben steht eine Flasche. Also diesmal ist der Punkte-Unterschied echt extrem. Na ja.